Oh, was ist das denn? Wenn in dem Video ein Dab kommt, dann... Eine Sekunde später! Und auch Willkommen zu einem weiteren Hey-Mo-Video, meine Freunde! Ich war drei Wochen lang weg, ich war nur auf Reisen, deswegen konnte ich nicht in diesem Studio sein. Ich habe das Schild vermisst, Kommentar des Tages, ich habe... Ja, vermisst. Heute drehen wir mal wieder ein Hey-Mo-Video, jetzt geht das wieder weiter. Es geht los mit dem Top-Komment des Tages, und zwar leg ich es Ihnen vor, Lea. Nachdem... Moritz... Perfekt, nachdem er Moritz den IQ-Test gemacht hat, hat er seinen eigenen IQ verloren. Perfekt. Ich habe letzte Woche einen IQ-Test gemacht, Lea, du musst eigentlich auch mal einen IQ-Test machen. Ich denke, du wirst da komplett verkacken. Was denkst du, was für eine IQ hatte ich? 60... 85... Ja, 85. Ich glaube, 75 sogar nur. Jetzt bin ich gespannt, was will meine IQ sein. Es war wirklich mega. Ich würde sagen, heute schauen wir mal an, wie dumm du damals warst. Denn wir gucken uns heute eine Zeit an und ich musste einfach... Ich habe gerade nur schon ein bisschen reingeschaut und habe mir gedacht, was ist das? Was ist das? Ich war die Musical.ly Queen. Stimmt, das hieß ja damals auch Musical.ly, stimmt. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal deine cringigen TikToks an. Ich glaube, sie ist ein bisschen krank und Lea nimmt die ganze Abstand von mir, deswegen weil sie Angst hat. So... Lass mich halten! Ah, ich dachte, das Handy nicht halten, weil da eigentlich Bakterien rankommen. Ja, eins von uns beiden. Und dann... Alter, wie du danach aussiehst. Wie ich danach aussiehe. Oh, das ist hart. 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 Was mache ich denn da? Warum denke ich, dass es cool ist? Oh, was hast du am Ende noch gemacht? Wird doch so umgebraten. Äh. Alter, das war hart. Ich hab die übrigens nur geliked, damit wir die wiederfinden. Nicht, dass ihr denkt... Äh. Du hast deine eigenen Videos geliked. Perfekt. Ich hab nicht gedacht, dass das so hart hier wird. Ich find das schon wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Okay, weiter geht's. Let's do the fork in the garbage disposal. Let's do the fork in the garbage disposal. Ding, ding, ding. Das war Fähne da hinten. Ding, 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 ding. Stop! Was müssen sich alte Leute denken, wenn sowas... Guck mal, die sind so in der guten alten Zeit aufgewachsen. Da kommen irgendwelche Leute... Denkst du in der Garbisch-Disposal? Denkst du an unsere Dinger? Wir sind verloren. Die Renze wird niemals kommen. Ding, 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 ding. Das, was ich dran gedacht hab. Scheiße. Das, was ich dran gedacht hab. Ich glaub, danach hat er seinen Namen geändert, damit er nicht immer den gleichen Nachnamen wie mir hat. So. I just flip the switch. Flipp, flip. Ooooooh! Mega Idee! I just flip the switch. Warte, wie war's jetzt nochmal nach von heute? I just flip the switch. Flip. Flip, flip. Ha 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 ha. Ha ha. Mega Idee. Digga, was mach ich denn da immer? Und warum dapp ich denn die ganze Zeit? Oh, hör doch auf zu dappen! Hör auf damit! Warum immer dieser Scheiß? Was ist all das? Ich finde das lustig, das finde ich eben cool. Wenn in dem Video ein Dab kommt, oh, was ist das denn? Wenn in dem Video ein Dab kommt, dann... Eine Sekunde später! Warum dapp ich da immer, Digga? Was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Das ist nicht cool, hör auf. Jetzt noch mal dappen wir dann das Schluss. Hör doch auf! Hör doch auf zu dappen! Hör doch einfach auf damit! Nee, jetzt in dem Video kein Dab, komm. Kann nicht aufhören mit der Scheiß. Hör doch auf der Teppich in jedem Dreck! Alles ist richtig cool! Uh, richtig Mühe gegeben! Hör doch ausgedruckt! Boah, du nimmst ja ernster als, weiß ich nicht, ne Schulaufführung, alter krank! Hör doch ausgedruckt! Hör doch ausgedruckt! Du wolltest so richtig deine Nägel zeigen! Das war richtig cool! Take control of me! Und dann die ganze so reingeheilt! Take no time for another one! Oh, hast du so gemacht? Du wolltest noch ein bisschen smoken oder was? Hast du noch ein bisschen smoked hier? Was solltest du damit zeigen damals? Yeah, yeah! Einer der cool Kids, weißt du? Ich hab hier so... Hypnotize, smoke, another one! Oh, who is this guy? Oh! Das war einer der gespeicherten! Ah, da hab ich das auch schon kommentiert hier! Grey, grey, grey! Grey, grey, grey! Oh mein Gott! Also... Ja, das sind die Videos, die Lea sich ausgesucht hat. Ich hab noch vier Schlimmere von dir gefunden! Das sind, glaube ich, die Sachen... Guck mal, wie alt das ist! Schau mal! Das soll jetzt die Mami sein! Nur weil du ne Jacke an hast als die Mami! Und die Spätzchen mit dir, du hast das locker hundertmal aufgenommen, oder? Du bist das... Das war jetzt das perfekte! Oh ne, da hab ich meine Jacke nicht richtig präsentiert! Das muss ich nochmal neu aufnehmen! Jetzt kommt noch Daddy, oder? Daddy, das... Hahaha, was ist das? Hör auf, jetzt nicht schon wieder mit mir! Wenn ich jetzt noch ein Damp mache, rass ich auf! Oh, er hat immer am Anfang gewahrt! Was ist das, Dicke? Schon wieder dieser komische Move! Immer das hier, was ist das? Das hier mach ich doch nicht immer noch! Du weißt, dieses Kump... Was, was denn so irgendwie? Ja, weil so hast du letztens Weihnachten noch getanzt! Letztes Weihnachten hab ich so getanzt! Das Einzige, was ich mache, ist so! Ah, ich guck mir die Große nicht! Was sollte das sein? Ist das so ne Challenge gewesen, oder was? Muss ich mir die Challenge angucken, was eigentlich die Leute da gemacht haben! Aber genau gleich! Genau gleich! Oh mein Vater will nicht! Da hab ich schon direkt geswipet, wenn das auf meiner Freundin wäre. Haha, da hab ich ja so weggesagt. Oh, 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 oh. Das sind die neuen Effekte. Das war damals das Einzige, was man machen konnte. So komische Zoom und das hier. Das ist schrecklich. Wieso die ganze Zeit so? Was ist das für Idee? Was soll das? Haben mir schon Mühe gegeben, schon Mühe gegeben damals. Ja, war schon nicht schlecht. Nein! Das Wasser ist so echt. Das Handy ist einfach reingefallen. Was ist das Schöne, ey? Was ist so vieles passiert in diesem Video? Erst dein Handy reingefallen, dann hast du den Laptop aus dem Wasser gezogen und dann auf einmal war eine Maus da. Wie kommt man aus der Idee? Champion, wenn du galoppierst, bebt die Erde. Was ist das? Weg ist frei. Das sind typische Pferdevideos, Digga. Champion. Das ist so oft immer in diesen Werbungen. Weißt du, du kennst dich diesen einen Typ, der immer diese Pferdewerbung macht? Rosalina muss verkauft werden. Nein, das kannst du nicht machen, Vater. Warum machst du das? Wir müssen nur noch dieses eine Turnier gewinnen. Ich glaub mir, ich kick sie wieder hin. Okay. Weißt du, so dieses... Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du... Hey, mein Musikvideo ist jeden Moment ohne. Das war das Musikvideo, das war... Ah, das war das Nintendo Switch Musikvideo. By the way, wer kennt mich noch aus den Nintendo Switch Zeiten? Das war geisteskrank wirklich. Das Video hat fünften Jahren Aufruf bekommen, ne? Alle haben mich gehasst dafür. Das hat irgendwie 60.000 Dislikes gehabt. Alle meinten so, was soll das? Warum lässt du so eine Scheiße? Ich will ein richtiges Musikvideo. Das war richtig krank. Ganzen Filter! Was ist das denn? Warum könnt ihr das einmal in den Mund rein? Also... Warum? Warte, soll das ein Übergang sein oder was? Komm, mach den Übergang jetzt doch mal vernünftig. Wir machen es jetzt einmal gut. Und los. Leute, so muss der Übergang eigentlich sein. War mega, war mega. Lass uns mal versuchen, gegenseitig anzugringen. Jeder muss was machen, was richtig komisch ist. Und ich muss jetzt versuchen, nicht zu cringen. Girls section hallelujah. Uh, girls section hallelujah. Uh, girls section hallelujah. Uh, okay, okay. Okay, okay. Setz dich wieder hin. Setz dich wieder hin. Sehr gut, okay. Weißt du was? Komm, Chloe. Was ist das? Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr vor cringe. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich immer vermissen. Ich werde dich nie vergessen. Wir misst du ihn immer noch. Yeah. Oh, die Zahnspange. Aber das war der größte Fehler auch bei mir. Diese weiße Zahnspange. Das war's von der heutigen Folge. Es ist einfach nur wieder wunderbar, meine Freunde. Haut auf jeden Fall bei Lea vorbei. Da haben wir auch auf ein wunderbares Video von dir reagiert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und wir sehen uns wieder mal irgendwann. Wenn der Kanal immer wieder fünf Monate nicht hochgeladen hat, nehmen wir uns wieder, Freunde. Hau rein. Das geht schneller, ist der Blitz viel größer als gedacht.